und herzlich willkommen zurück ich hoffe ich habe jetzt nicht zu früh geredet ja das merkst eigentlich recht gut dran weil kurz auch das spiel steht bei der aufnahme also bevor es losgeht das hat es bei mir jetzt groß nicht aber ich war eben stehen im bild ja willkommen zurück hier bei let's play star check online die die meine let's plays auch letztes mal gesehen haben also das letzte kv ist folge vor zwei tagen werden gemerkt haben dass ich sehr schnell draußen war das lag einfach wieder mal daran dass ich wieder mal einen blauen schönen bildschirm hatte ich mag zwar die farbe blau aber nicht am computer und deswegen habe ich kurzerhand mir gedacht ich tue mal hier ein neues aufnahmeprogramm testen namens bandicam was der don auch verwendet und zwar schon lange und bis jetzt auch recht erfolgreich also zumindest was blauen bildschirmen angeht ich habe ja wer meine sim city let's plays kennt und auch andere let's plays weiß dass ich mit den blauen bildschirmen öfters mal zu tun hatte und deswegen das hat mir jetzt einfach gereicht und ich habe mir jetzt mal ein neues programm gekauft also nix hier illegal oder sonst irgendwas ich bin da so ehrlich ich habe es gekauft und das teste ich jetzt mal durch und ich habe auch gleich mal die funktion vom programm getest und habe oben links in der ecke das kleine dribble logo mal mit eingebaut ihr könnt ja meine kommentare schreiben wie ihr es findet ob es gut ist dass ich es drin habe ich kann es auch wieder raus machen ist ja nur ein versuch einfach mal testen und ich hoffe hier haben wir letztes mal aufgehört so ungefähr zumindest ich habe mich ja noch ordentlich verabschiedet keine angst gut weil wir mussten nämlich wieder ein bisschen her spielen und daran hat man eigentlich auch mal ganz gut gemerkt habt ihr unterschied zwischen let's play und ohne let's play spielen let's play dauert deutlich länger und hier haben wir auch schnell her spielen ohne wort zu sagen bum 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 zwei minuten waren wir hier also für alle ja deswegen auch nicht wundern bei mir ich habe hier noch so ein seltsames wissenschaftskit mk3 rumliegen ist es nicht das erste mal dass wir wieder an dieser stelle spielen will ich noch dazu sagen ja ich habe es zwischendurch mal bekommen ich fand es cool also ich tue das mal hier in der dass du auch was davon hast enter da habe ich mich schon mal bekommen kit mk3 ok es war waffenkenntnis und psychologie nur blöd dass der wissenschaftler bist so ich trippel tippel mal hier aber weiter du trippelst mal weiter ich trippel mal weiter weil wir haben jetzt echt ein paar stündchen rum probiert die nur mit einstellungen so weiter um das einigermaßen hinzukriegen wertvolle zeit vergeudet sozusagen ne weil auch wenn ja ich habe bevor mit fraps aufgenommen auch wenn fraps eigentlich ich sage mal eins der ersten und auch mit am besten programme sein soll ist also einfach mit eins der ersten ist ist es halt auch dafür bekannt dass es rumzickt ja wenn man wirklich fraps und bluescreen immer google dann kriegt man gleich mal ein paar beiträge und ich musste mir eigentlich von anfang an was anderes suchen als fraps weil mein früheres mikrofon war ja nun nicht gerade der bringer und deswegen musste ich meine tonspur meistens nachbearbeiten dass überhaupt noch was klingt und ja da bin ich ja direkt zu bandycam gekommen von anfang an und habe das eigentlich schon ja wie gesagt seit fast anfang an seitdem ich hier haben mit aufnehmen auch am test und am laufen und deswegen zuletzt aufgrund dieser empfehlung hast du es ja genommen ja eigentlich schon ja wir haben zwar auch jetzt zwischen seitdem aber nach einem anderen programm angeschaut gehabt aber da ist mir gleich nach der ersten aufnahme aufnahmen beenden war auch stu beendet und gedacht mhm äh game over ist mir zwar so noch nichts passiert aber wie es halt kommt so kommt da ist eine tür drin ja da ist eine tür aber da ist glaube ich nichts drinnen wo das ist mein neues büro mit überdimensionalen fenstern ja wenn schon denn schon also wenn da will ich ein ordentliches büro sind ja gerade welche rumgelaufen sind ja die sind da vorne durch die eine tür links rein da ist auch nichts drin woher weißt du das immer das gleiche büro das siehst du doch auf der map ja trotzdem was da leute rumlaufen ja vielleicht ist da irgendwas anderes drin achtung jetzt kann ich wieder keine kann warum kann ich keine granaten mehr werfen ich konnte werfen das schön für dich jetzt bin ich aber gerade kurz vorm sterben so habe ich gerade irgendwas getroffen so ich hab dir mal dies auch hier ist noch einer kopf weg ach hier der zwerch habe ich ganz übersehen so ein kleiner giftzwerch joo die tür ist zu lang ne wir laufen erstmal alle gezielt gegen eine türe so wie sie es gehört was ist das habe ich ja gar nicht in der aufnahme so nach kleinen game crash folge 20 ist es kommen in folge 20 folge kvs 20 so jetzt müsste ich mir auch mal hier ob ich dann ich muss gar nicht doch da wie ist ein kleines was die schon abgeballert entschuldigung weil ich noch stand mir gerade vorm visier weissen die haben am licht an den lichtambient ein bisschen was gemacht ich finde es ist deutlich dunkler geworden alles ja mach mal monitor da ist schon hell gab es ja nie was eingestellt da hinten dürfte auch alles nix sein man kommt zwar in die räume rein aber wenn man auf die map schaut ist ja nix ja aber wir müssen da irgendwie das und das gerade nicht durchgekommen oder kommt man ja durch wodurch doch da hier noch durch also sogar zu hause ist noch gar nicht durchkommt da müssen wir jetzt rein genau krankenstation servus also jetzt seltsam weiß ich kann keinen keine kanatentasche ich habe hier ist das ding zeig mal nicht mehr an was ist denn da los habe ich ja auch gar nicht in der leiste drin sowas muss einmal reinziehen nee ich habe es ja gar nicht mehr in der auswahl drin das meine ich und bevor ich es jetzt vergesse moment optionen grafik äh wo war es denn drin bloom identität die bloom tun wir mal ein bisschen runter das muss ich auch mal gucken was habe ich noch mal genau eingestellt das ist ja alles seit äh staffel 9 ein bisschen anders grafik bloom habe ich komplett aus ich habe es mal auf wenigstens 60 runter gestellt und ich leite mal die energie schnell um was bloom auf 60 runter gestellt wo kannst du das noch manuell einstellen bei der grafik kann ich nur bloom aus ne bei erweitert bei erweitert bloom intensität ich tue es aber noch ein bisschen weiter runter einstellen der charakter einstellen was einstellung in der charaktereinstellung erhöhen was hm aber jetzt kommt hier schon wieder so ein blödes fenster ich glaube es ist welt textur details charakter textur details machen wir mal warte mal ganz kurz bildraten stabilisierung mal an so sehr schön das war glaube ich auch die erste mal dass ich die pausefunktion von bantycam benutzt habe uuuh weil da ist mir gerade so ein fensterchen im vordergrund aufgeploppt und hätte ich das angeklickt wäre die aufnahme kurz beendet gewesen uuuh beendet sich die aufnahme von st o wenn du raus klickst äh bei mir ja ich weiß nur nicht ob ich eine einstellung übersehen habe ähm gut ich habe es noch nicht getestet aber gut als du sagst damit ich es nicht teste aber bei fraps ging das immer ja also geht ja auch deswegen habe ich jetzt gerade auf pause gedrückt und dann konnte ich raus ah aber du musst auf pause drücken jetzt ja gut ich will das jetzt nicht testen das mache ich dann nach dieser folge mal aber gut dass ich es gesagt habe so jetzt ich leite hier mal um ich leite weil das einzige was bei fraps noch mal passiert ist ist dass der ton von spiel selber kurz weg war und äh ein bisschen dunkler wurde aber das spiel selber wurde noch aufgenommen hat er mir jetzt gerade ins auge gefasst alter nimm deine griffeln bei mir aus dem was ich bei dir nein mein char greift mir gerade ins auge voll in die linse ja guckst du ihn von vorne an ja und ab und zu fingert er da voll drin rum wie lange brauchst du das ding um zu leiten da hier achso energieübertragung erfolgreich captain der turbolift ist aktiv und soll uns direkt auf die brücke befördern erreichen sie die brücke der uss do it ich muss da noch auf äh text vorlesen und weiter klicken dann gehts mal weiter 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 auf leiter ui ja rein dich oder ich fress dir kann doch mal kurz den korgan unten schreiben ja teste ein neues aufnahmeprogramm so mal ein bisschen hier unten im chat ein bisschen antworten genau äh nicht daran nö ach hier zum turbolift müssen wir hm wo seit wann hat der turbolift äh elkers konsolen why not servus und gleich wieder krieg ich hier ich hab gar nicht erst gefragt ich lebe mich auch nicht ich hab gedacht du schießt naja wird schon grund haben ich schieß mal mit oh wenn es jetzt äh ich sterbe ist blöd weil ich hab keine hypos mehr echt mhm naja dann hau ich dir das müsste ich grad noch überleben kannst du da ich mittlerweile wiederbeleben hast du das ding reingezogen ja ja das hab ich vorhin schon gemacht also da gibt's ja fragen echt mal ein bisschen loot einsammeln vielleicht ist ein hypo dabei ja brauchst du eins ja einen heinz hab ich grad bekommen warte mal so mir mal schnell ausstatten also ich finde das ein bisschen übertrieben das rote auf den elkers da im hintergrund ja obwohl ja in den filmen das ja auch mal so war bei defined hat man es hauptsächlich sehen wenn rote alarm war wurden die elkers rot ja aber so holt also das finde ich ja das ist ja gar nichts mehr ja du sitzt ja das ganze ding ist ja hier kaputt was soll denn das das ist mit einer der brücken die mir überhaupt nicht gefällt ja vor allem weil das da oben so abgehackt aussieht ne das weniger die ist einfach nur so extrem überdimensioniert ey ja man braucht halt Platz also ein bisschen kleiner also wirklich hier diese Sitzreihe da an die Stelle und die hier weggelassen das wäre hätte schon mal was getan ich habe mir über Ostern mal die äh alten Star Trek Folgen Kirk Staffel 1 angeschaut die Brücke ist ja knuffig klein die STO äh die TOS Brücke nein die in der Serie tatsächlich das ist ja direkt eine Hutschachtel wenn du dann mit der TNG vergleichst ja ja das ist schon himmelweiter Unterschied ähm wollen wir da reingehen? ja müssen wir ja achso du ja genau erstmal schießen ist genau kennst du es doch sammeln die Security Codes ein sie können nicht haben was sie können sie nicht haben und sie brauchen erst gar nicht versuchen meine Crew zu fragen ich habe alle was oh der Olli ist wieder da hallo Olli hi Olli ja grad richtig wenn ich ja grad voll hier mit Stimmenbrechungen hier spreche so so ich habe alle Sprechsteuerungen des Sternenflotten Personals blockiert ich würde dieses Schiff eher zerstören als es ihnen zu überlassen hm gut schieß mal nochmal ein bisschen übrigens wer sich hat wundert wir sind ja wieder noch auf unserem äh das sind Informationen die nur das Sternenflotten Kommando hat lassen sie meine Crew gehen denn ich übernehme die volle Verantwortung das sind typische klingonische äh Verhandlungstaktiken hier ne? ich kann nicht ich werde nicht so es ist genug genug ich ergebe mich Weichei ich gebe ihnen die Codes die sie benötigen um an den Verteidigungskräften der Föderation im Solsystem vorbeizukommen doch sie werden schon von vor dem ersten Außenposten tot sein sie sind verrückt wenn sie glauben sie können die Erde angreifen schon bevor sie die Wobgeschwindigkeit verlassen werden die Phaserbanker eines jeden Schiffes aus der exakten Föderation auf sie zielen ja genau die sind getarnt auch natürlich alle Schiffe die in irgendwelchen Sektoren so 40 Millionen Lichtjahre weit weg sind zielen dann auf diese Klingon wir tannen uns einfach aha genau sollen wir zum Schiff zurückkehren Kapitän können wir die jetzt töten? öh ja gut grüner Loot Faser Druckpistole danke oh komm warte bis der rote Alarm weg ist warte mal wie schaut denn die aus ach nee oder ach ich schau mal ob ich die verkaufen kann aufwärtschiff ist das ne 2 oder 3 was ne 3er öhm dann oh was hab ich denn da technisches Kit MK3 hm ich hab auch ein technisches Kit ach die Symbole sehen anders aus deswegen Angriffs 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 Kit Modul Flasmagranate MK3 ok ist das jetzt hier also das ist ein normales Kit siehst dann könnten wir das mal gleich ach das machen wir draußen beam wir erstmal raus jetzt glaube ich erstmal noch ein paar Waffen die ich hier noch rumliegen hab wie was wo raus beam erst mal raus beam ok ok akzeptieren was sagen denn eigentlich die Zuschauer zu unserer neuen Optik ja Kommentare schreiben in welcher Optik jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen welche Optik genau meinst du erst mal was vorlesen die David ist so stark beschädigt um noch für das Reich zu gebrauchen zu sein Lieutenant Commander ich empfehle wir führen einige Zielhöhungen durch ja das klingt doch mal gut wo ist er denn da naja ja ok haben getroffen so danke klasse kontaktieren sie die Jampok was oh ich kann Doffs abgeben hm so ach ja wir sollten Jampok kontaktieren um ihm mitzuteilen dass wir von Captain Hollingsworth die Sicherheitscode des Solsystems erhalten haben damit wir die Erlaubnis bekommen sie zu gebrauchen sie rufe Konos und leite es jetzt auf den Schirm ganz kurz wo war das nochmal dass man nicht mehr weiter fliegt beim äh wenn ein Dialog aufgeht achso äh Optionen Puh Steuerung ach bei Kontaktdialogen weiter bewegen an genau weil ich bin ja gerade ein bisschen ein bisschen du da oben Kornomandel sind reich musste auch selber mal ganz kurz hier auf den Bildschirm legen ok sie sind ein mutiger Krieger wenn sie sogar einen Frontalangriff auf das Solsystem vorschlagen ich weiß zwar dass sie vor allem den Ruhm wollen der mit einem Angriff auf die Erde einher geht aber ich denke dass sie sich für was dass sie für sich wie auch für das Reich größeren Erfolg finden werden wenn sie stattdessen das wichtigste Schiffsbauwerk der Föderation auf Mars angreifen die Utopia Planitia Schiffswerften ich muss aber auch sagen das ist ein bisschen schwieriger vorzulesen wenn man weiß dass Gäste im TeamSpeak zuhören ne ne find ich schon ne das Problem ist nur dass es in meine Augen langsam übergehen deswegen und die Schriftart habe ich ein bisschen kleiner wie Standard deswegen die dritte Flotte der Föderation ist auf Utopia Planitia stationiert dem wichtigsten Schiffsreparatur-Tock und gleichzeitig der wichtigsten Werft der Föderation wenn wir sie dort empfindlich treffen können wird es die Sternenflotte erheblich schwerer haben ihre beschädigten Schiffe wieder instand zu setzen ein Schlag gegen diese Einrichtung wird die Kampfstärke der Sternenflotte merklich mindern nehmen sie ruhig jeden mit der bereit ist an ihrem Plan teil zu haben ich freue mich darauf eine großartige Geschichte von Sieg und Ehre zu hören ja ja danke dann verdienen sie dem Reich gut gobbler ich docke jetzt mal an der Station an oh geradeaus die Föderation greift unsere Streitkräfte im Alena System an dies ist eine Raumregion die wir in einem ehrenwerten Gefecht erobert haben und ich beabsichtige sie auch in Zukunft für das Reich zu beanspruchen helfen Sie unsere Station zu verteidigen und versetzen Sie die Föderation das hat man doch schon mal in dem Text ja eigentlich schon so ich hab mal weiter geklickt Lieutenant Commander die Truppen die hier in Alena stationiert sind haben sich als bewundernswerte Krieger ausgewiesen wir sollten in Betracht ziehen sie zu rekrutieren damit sie uns bei unserem Angriff gegen Utopsa Planetia unterstützen nennen sie sie der Sternenbasis und rekrutieren sie die Plünderer es wäre uns eine Ehre erneut an ihrer Seite zu kämpfen diese Föderationstags werden und den Tag bereuen an denen sie unser System kamen und den Klingonischen Reich den Kampf ansagten wir können diesen Ort auf ihren Befehl verlassen Heck, Luch, Mech, Gach Schafflö, 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 Schafflö die anderen Schiffe stellen sich an unserer Flanke auf und sind bereit uns zu Mars zu folgen zu lassen aber warte noch nicht fliegen noch nicht fliegen noch nicht fliegen sonst sind wir gleich im Mars System da gibt es weiter ich wollte mir das Kit jetzt mal anschauen was ich da bekommen habe das ist nämlich dieses neue Kit System du hast nur das Kit zum Anlegen bekommen oder? hast du einen Bauteil bekommen? ich habe halt na komm ich habe das hier bekommen und dazu noch das hier bekommen ah ok aber das geht ja gar nicht das ist ein technisches Kit das kann ich sowieso nicht nehmen ja das kommt drauf an also soweit ich weiß haben die Kits verschiedene Eigenschaften von wegen es kommen Universalplätze und so weiter wo du halt alles reinpacken kannst ne ich sehe gerade schon wenn ich es versuche bei mir also mein Charaktermenü aufmacht dazu dann äh was hast du jetzt gemacht? äh cryptic has error hm also ich würde sagen ich beende jetzt einfach mal die Folge an dieser Stelle und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis bald tschüss willst du auch noch was sagen? ääh nö schnauze voll gut tschüss tschüss